Hi, ich bin der Flo und ich zeige euch, warum ich am liebsten mit dem Fastpack 35 von Ultimate Direction auf Wanderung gehe. Der ganze Rucksack schließt oben über den Rolltop, das heißt ich kann entsprechend dem Packvolumen den Rucksack oben sehr gut eindrehen und das läuft direkt hier der Verschluss in das Kompressionssystem rein. Wenn ich also wenig drin habe und den hier festziehe, zieht sich der ganze Rucksack schmal und auch bei Tagestouren habe ich den ganzen Rucksack immer noch kompakt hinten am Rücken und er wirkt gar nicht so massiv. Auf der anderen Seite kann ich den extrem stark aufblustern und wirklich vom Zelt über den Schlafsack, über den Kocher, über die Isomatte, auch für lange Touren alles reinpacken. Richtig bequem und richtig, richtig praktisch ist der ganze Rucksack auch durch das Tragesystem, das so ein bisschen aufgebaut ist wie das einer Laufweste. Man sieht das schon, hier die Schulterträger sind breiter, greifen weiter rum, eben dieses Westenprinzip. Dadurch bleibt der Rucksack sehr stabil am Rücken. Ich kann meine Trekkingstöcke direkt gleich greifbar vorne mit drauf machen. Dann ein kleiner Snack oder eben auch das Telefon. Auch hier und hier unten. Hier geht meine Stirnlampe rein. Hier vorne ist auch nochmal eine zusätzliche Tasche mit einem wasserabeißenden Reißverschluss dran. Die Tasche ist auch nochmal wasserfest ausgekleidet. Also hier kann ich auch nochmal Sachen reinpacken, die wichtiger sind und die besser noch vor Feuchtigkeit geschützt bleiben sollen. Ich habe zusätzlich auch noch die Möglichkeit, meine Stöcke hier mit dran zu packen. Ich kann hier aber auch mal zum Beispiel einen Pickel mit dran nehmen. Hat dir dieses Video gefallen und du bist an weiteren spannenden Sachen interessiert, dann abonniere unseren Kanal und bleib auf dem Laufenden.